Hallo meine lieben Märchenfreunde, schön, dass ihr wieder bei mir hereinschaut. Heute habe ich eine Geschichte aus Indien für euch und die nennt sich von der Geschätzigkeit. Doch zuvor, wie immer, ein Schluck Märchen erzählte und dann geht es auch gleich los mit unserer Geschichte. Von der Geschätzigkeit zum 15. März. Ein weiser Brahmane war einst Ratgeber eines noch jungen Fürsten. Dieser dachte noch nicht die Tugend der Schweigsamkeit. Und nochmal. Hallo meine lieben Märchenfreunde, schön, dass ihr wieder bei mir hereinschaut. Heute zum 15. März habe ich eine Geschichte aus Indien für euch und die handelt von der Geschätzigkeit. Doch zuvor, wie immer, ein Schluck Märchen erzählte und dann geht es auch gleich los. Von der Geschätzigkeit. Ein weiser Brahmane war einst Ratgeber eines noch jungen Fürsten. Dieser hatte noch nicht die Tugend der Schweigsamkeit begriffen. Er schwatzte viel und unbedacht, zu unrechter Zeit am unrechten Ort und richtete damit manches Übel an. Der weise sah, wie er den Fürsten durch ein Gleichnis belehren könne und erzählte ihm eines Tages die folgende Begebenheit. An einem Teiche am Fuße eines Hügels lebte eine Schildkröte. Eines Tages ließen zwei junge Wildgänser sich dort nieder und machten ihre Bekanntschaft. Am nächsten Tage kamen sie wieder und bald verbannt die drei eine große Freundschaft. Als die Regenzeit herankam, sagten die Gänse, Liebe Freunde, morgen verlassen wir dieses Land. Wir haben im Norden eine schöne Wohnung. Willst du nicht mit uns ziehen? Es wird eine vergnügliche Reise sein. Wie gern, sagte die Schildkröte, Aber ich habe keine Flügel. Das wollen wir schon machen, sagten die Gänse, Wenn du nur deinen Mund halten kannst. Das will ich wohl tun, sagte die Schildkröte. Nimm mich nur mit. Am nächsten Tage kamen die Gänse geflogen Und hatten einen Stock mit sich, dessen Enden sie im Schnabel hielten. Nun, nimm die Mitte dieses Stockes ins Maul, Halte dich fest mit den Zähnen und rede kein Wort, bis wir am Ziel sind. Die Schildkröte tat, wie ihr geheißen war. Die Gänse erhoben sich in die Lüfte und segelten davon die Schildkröte zwischen sich am Stock. Als sie über das Dorf flogen, liefen die Kinder zusammen und schrien, Seht die Schildkröte in der Luft, seht die Gänse mit der Schildkröte, Hat man je sowas gesehen? Da erbuste sich die Schildkröte, sie konnte nicht anders und schrie, Maulaffen! Und stürzte hinab und zerschellte. Der junge Fürst hatte seinen Spaß an dieser Erzählung. Aber es kam ihm nicht in den Sinn, ernsthaft darüber nachzudenken und aus ihr zu lernen. So sahen der weise Ratgeber auch nach einem anderen Gleichnis. Eines Tages ließen die Wallen sich im königlichen Garten unter einer Akazie nieder. Da erblickten sie im Gezweig des Baumes das Nest der Krähe, In welchem ein junger Kuckuck saß, der eben aus dem Ei gekrochen war. Die Krähe hielt den Kleinen für ihr eigen Kind, Flog ab und zu und fütterte ihn treulich. Plötzlich öffnete der Junge seinen Schnabel und schrie unbändig Kuckuck, Kuckuck. Die alte Krähe erschrak und sprach, Welchen Schreier und Vorwitz hab ich hier ausgebrütet? Was für einer wird das werden, wenn er groß ist? Hinweg mit ihm! Und sie tötete ihn mit Schnabelheben und warf ihn hinaus aus dem Nest zu des jungen Königs Füßen. Da sagte der Weise, O König, es ist das Los eines unbedachten Schwätzers. Von Stund an wägte der König seine Worte und wurde ein einsichtsvoller, gerechter Herrscher. Wenn euch das Märchen gefallen hat, gebt mir ein Like, schreibt hier unten etwas in die Kommentare und abonniert meinen Kanal. Habt es gut, bis zum nächsten Mal und verliert nie euren Zauber. 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 Untertitelung. BR 2018